Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Edition von Top 5. Heute die Top 5 Offensive Limen. Ihr habt unter den Top 5 hier auf YouTube angeregt, dass wir doch eigentlich das andersrum machen sollten. Und zwar erst mit der 5 Anfassung bis zur 1 rauf für die Spannung. Aber wir behalten es wie im Draft. Wir fangen mit dem Besten an und hangeln uns runter. Also mit mir wie immer Björn Werner. Björn, wer ist deine Nummer 1? Meine Nummer 1. Meine Nummer 1 bleibt weiterhin. Tristan Wurst von Iowa. 1,95m, 145kg. Ich bleibe dabei. Ich gehe damit, was ich auch bei den ganzen Experten in Amerika höre. Die seltene athletische Fähigkeit. Was heißt das genau? Er ist 1,95m, 145kg schwer. Aber ist eine 4,85m gelaufen, eine 40m. 36,5 Inches im Vertical Jump und 121 Inches Weitsprung. Das ist unglaublich, dass viele NFL-Spieler auf der Offensive Line Position haben nicht so eine Fähigkeit. Du siehst, wenn du dir das Spiel anguckst. Für die Leute, die auch gefragt haben, wo gucken wir uns Game Tape an. Geht einfach auf YouTube. Da hast du irgendwelche Nerds, die das immer einfach hochladen. Vor allem in der Kudenz-Version, wo du einfach Offensive Line eingehen kannst. Also Iowa Offensive Line gegen Michigan. Das Spiel habe ich mir zum Beispiel angeguckt. Tristan Wurst. Ich bin auch bei dir, was du sagst und was auch andere Experten sagen. Ein bisschen was Negatives. Er ist so athletisch, dass er manchmal seine Technik vernachlässigt. Einfach, weil er mit seiner Athletik so dominant ist. Und das natürlich ist ein Problem, gerade wo Leute sagen, die auseinandernehmen sozusagen in den ganzen Pre-Draft oder ganzen Combine-Evails. Aber das ist so eine Sache bei mir, wo ich sage, ein guter NFL-Coach wird das korrigieren. Zum Beispiel in seinem Pass-Set siehst du die ganze Zeit, er ist konstant in einem 45-Grad-Winkel nach hinten in seinem Pass-Set. Und deswegen, was du letztes Mal angesprochen hast in dem Mock-Draft, im Podcast, deswegen wird er manchmal up and under, inside. Seine innere Schulter, seine innere Seite ist manchmal offen, wo die Defensive-Version runterkommen. Aber das hat alles mit Technik zu tun. Und du siehst manchmal den Unterschied von einem Spieler, der in dem System drei, vier Jahre war und zum Beispiel ein Alabama, wo wir noch zukommen. Also deswegen, Trish Wurfs hat einfach so viel Potenzial, weil er so athletisch ist. Und ich habe das gesehen schon, auch in meinem Jahr. Ja, meine Güte, so sollst du den Typen nicht heiraten. Jetzt kriegt ihr wieder eins. Ey, 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 ich glaube, sein Potenzial ist unfassbar. Deswegen ist er meine Nummer eins. Der Tristan Wurfs. So, jetzt zu deiner Nummer eins. Björn Werner, jetzt Fanboy Tristan Wurfs. Ach, warte mal. Und er war in der Highschool, der ist so athletisch, der war auch der State-Champion, Wrestling-Discos-Werfen. Ey, der ist so ein Athletisch. Aber du weißt ja, der soll in der NFL Football spielen. Ich weiß, aber in Amerika lieben die Coaches die Spieler, die mehrere Sportarten gespielt haben. Deshalb, du warst ja auch Fußballspieler und Kicker, deshalb haben sie dich geliefert. Nee, ich war nur Fußballspieler und deswegen nur drei Jahre. So, zu deiner Offensive. So, meine Nummer eins. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ich habe genau wie du, ich habe mir nicht die Highlights angeguckt, nicht die Evaluations, habe ich mir im Nachhinein durchgelesen von den Experten. Vieles war gleich, viel hat sich unterschieden. Aber ich habe mir auch, genau wie du auf YouTube, O-Line Alabama zum Beispiel gegen Michigan oder gegen sonst wen, Oklahoma, was auch immer, habe ich mir ein ganzes Spiel angeguckt, weil es ist wichtig, wenn du jemanden evaluieren willst, nicht die besten Plays zu sehen, sondern auch mal die schlechten Plays. Und für mich, mit Abstand, der beste Offensive Lineman, und zwar mit Abstand, ist, und ich rede jetzt nicht vom Potenzial, sondern, wer ist jetzt der beste Offensive Lineman? Wen würde ich jetzt nehmen? Und da ist mir auch seine Size egal, weil 6, 4, 320 Pfund ist auch kein kleiner Mann. Dieser, die 1 Inch, 2,5 Zentimeter machen den Kohlen nicht fett. Für mich, Jedrick Wills, Alabama. Was? Ey, guck dir mal die Pass-Sets von dem Knaben an. Das ist, du kannst eine Clinic machen. Der Typ ist compressed, hat geschlossene Körperwinkel. Sein Pass-Set ist perfekt. Der schafft es, bei seinem Pass-Set seine Hüfte parallel zu lassen und seinen Oberkörper zu öffnen. Deshalb wird er auch nicht Inside geschlagen, weil er mit einem Power-Step wieder nach vorne kommt. Hier, das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Incredible Pass-Set. Body Pass-Set. Hand Placement, wo er seine Hände hat. Wenn er, wenn, der öffnet, äh, die, open the gate, weißt du, wenn du zu schnell deine Schultern drehst und dann weich wirst für Pass-Swasher, so wie du, die dann ihre Schulter dippen, nicht bei dem Knaben. Wenn er, wenn er in Gefahr ist, geschlagen zu werden, dann siehst du bei ihm sofort die Technik, Hand an der Hüfte. Übrigens, die anderen Offensive-Linemen, werden vom gleichen Offensive-Line-Coach gecoacht. Bei denen sehe ich das nicht so konstant wie dem Typen. Der ist, der ist dafür gemacht, Offensive-Line zu spielen. Was habe ich mir noch? Ähm, seine Ability, seine, 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 der schafft es tatsächlich, im Pass-Set sein Kinn zurückzunehmen. Das sagt man als Offensive-Line mit Chin, gib dir Chin back. Und wenn du einen Power-Rusher hast, setzt er, bringt er seinen Arsch tief. Du hast das alles 10.000 Mal gehört von der anderen Seite im 101-Pass-Rush. Der Typ ist ein lebender Klinik-Film. Deshalb, ich weiß, er ist nur 6'4". Der kann vielleicht auch Inside spielen, der kann aber, ich glaube trotzdem, dass der Tackle spielen kann, weil er smart ist, weil er unglaubliche Technik hat. Ist er der mit dem größten Potenzial? Nein. Trotzdem meine Nummer 1. Ohne Wenn, Wenn und Aber. Und auch, der hat auch ein bisschen Nastiness. I like him. Also du gehst davon aus, wer kann jetzt sofort Tag 1? Ist der beste Offensive-Line in der NFL. Gut. So, deine Nummer 2? Oh, meine Nummer 2. Uff, jetzt wird es schwer. Ich hatte da, und da würde ich tatsächlich, auf der 2 gehe ich mit Potenzial. Und Mekai Beckton ist für mich anders als, ich habe ihn mir angeguckt, dass zwei Louisville-Spiele und zwar ganz alle Snaps und war nicht so begeistert wie die ganzen Scouts. Ich glaube, die Begeisterung kommt dadurch, dass er ist halt ein Riesengerät. Und was ich mir aufgeschrieben habe, der hat athletisches Potenzial, ist brutal für seine Größe. Wir reden von 2,1 Meter oder 2, 360 Pfund oder sowas in der Art. 165 Kilo. So, seine stärkste Waffe ist der Inside-Shove. Das heißt, wenn die Stretch laufen, dann sieht man, wie athletisch er ist, wie er rennen kann und dann für die Außenschulter vom Defensive-Line geht. Und sobald der nach außen springt, bringt er seinen Innenarm und schafft den Typen. Und da fliegen 120 Kilo Defensive End, fliegen wie kleine Puppen. Wenn der Linebacker im Open-Field blockt, was er athletisch kann, die fliegen. Das ist sehr beeindruckend. Aber ich habe auch viel, viel gesehen, was noch nicht so polished und fertig ist. Für mich ist er, wenn er im ersten Jahr startet, was er kann, wird das ein hartes Erwachen sein, weil in der NFL sind Jungs, die sind zwar nicht so groß wie er, aber die haben verdammt viel Power. Aber für mich ist er noch ein bisschen roh. Ich habe geschrieben, Pass-Set und Blocking-Technik. Da verlässt er sich auf seine Size. Das wird ihm in der NFL nicht mehr helfen. Und, und, was mir ein bisschen Sorgen macht, ich habe, wie gesagt, zwei Game-Filme gesehen. Der Typ ist kein Finisher. Den siehst du ganz oft. das schafft jemanden und dann bleibt er stehen und guckt, ob keiner guckt, wenn die anderen Offensive-Limern noch Gas geben. Guck dir das Tape an. Also da hast du noch eine Menge abzocoachen, aber aufgrund seiner Size und seiner Athletik ist er die Nummer zwei für mich. Bei mir auch. Mikael Becken ist meine Nummer zwei. Wie du es gerade schon gesagt hast, diese Size, diese Größe, zwei Meter groß, 165 Kilo. Das erste, was ich aufgeschrieben habe, wo ich mir auch das Spiel in Louisville angeguckt habe, bewegt sich wie einer, der sehr, 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 sehr viel weniger wiegt. Und das heißt einfach, er ist so leicht auf seinen Füßen und das ist nicht normal für einen Riesenschrank, der 165 Kilo wiegt. Und er hat 17% Body-Fat. Zieh dir das mal rein. 17%. Da ist aber trotzdem gleich der Nachteil, du hast gemerkt, im vierten Quarter, weil so viel Gewicht ist, er wird ein bisschen lazy, er wird ein bisschen müde. Das ist aber auch eine Sache, die in der NFL, wenn er ein bisschen mehr Geld hat, der kann Personal Trainer, ein Ernährungsberater, der kann sich das alles holen, dass er ein bisschen abnimmt. Was ist, wenn er so viel Geld hat, vielleicht wird er noch fauler? Da kann es auch hingehen. Oh, shit! Wir gehen ja mit dem Positiven aus. Wir gehen immer mit dem Positiven und das Potenzial. Wir wollen ja hier nicht immer ins Negative gehen. Aber mit Kai Beckmann, was ich mir noch aufgeschrieben habe, er ist einer von diesen Top 5 oder Top 6, auch von Solana, von denen alle gerade reden, der einzige oder einer von zwei, der sehr viel Erfahrung auf der linken Tackle-Position hat. Wo ein paar andere, das kommt natürlich jetzt immer drauf an, ich habe mein Ranking, so wie ich denke, dass die im Draftboard weggehen, im Draft. Deswegen ist er meine Nummer 2, weil er ist einfach der prototypische Left Tackle in der NFL, wenn du mich fragst. Er ist eine 5-1 in der 40 gelaufen, das zeigt einfach, wie athletischer er ist. Und wirklich, da sind so viele gute Sachen in der ganzen Top 5 hier, aber der einfach die Size, Athletik und die ganzen kleinen Sachen, wir wollen nicht immer aufs Negative, aber Gewicht ist trotzdem, auch wenn er athletisch aussieht, ein Nachteil. Und was ich noch gesehen habe, du hast es gesehen, für die Outside Runs, wenn er sich seitlich bewegt, von dem Snap, macht er mega gut. Aber das ganze Downblocking, direkt in dein Gesicht, da kennst du doch, wenn die Technik ein bisschen fehlt, wenn sie die Pistolen ziehen und dann erst punchen. Die Hand muss ja direkt boom, raus. Genau, und er benutzt dein ganzes Gewicht und du merkst richtig so, wie er wie so eine Pistole nach hinten sich reloadet und dann erst rausschießt. Und das ist, was ihm gerade ein bisschen weh tut im College. Aber das sind auch Sachen, die man coachen kann in der NFL. Okay, wer ist deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist Jedrick Wills Jr. Ey, ich bin voll bei dir. Du hast es ja schon die ganze Zeit gesagt, er ist deine klare Nummer 1, auch im Mock-Draft. Ich bin bei dir. Der ist auf jeden Fall der Typ, wenn du jetzt jemanden brauchst, egal ob das linke Tackle ist, rechter Guard, linke Guard, man, Center, keine Ahnung, ob er snappen kann, rechter Tackle, der kann sofort reinkommen. Der hat bei Alabama gespielt, der hat bei Alabama das beste Coaching. Du merkst immer den Unterschied zwischen einem Alabama-Team und einem Iowa oder einem Louisville, weil das Coaching ist einfach unfassbar bei Alabama. Deswegen ist er auch so viel weiter mit der Technik, wenn du mich fragst. Er war einer der besten Highschool-Spieler damals, wo er rausgekommen ist. Mann, ey, ich bin voll bei dir. Er ist der Beste jetzt gerade, aber ich denke, er wird nicht der Erste sein, Erste Offensive-Liner, weil er wird am Ende des Tages in der NFL eine Guard-Position spielen und die Tackle, prototypischen Tackles werden immer mit dem Potenzial als erstes gedraftet, aus meiner Erfahrung, was ich jetzt denke in diesem Draft. Deswegen ist er Nummer 3, aber trotzdem eine Granate. Okay, meine Nummer 3 ist Tristan Wurfs, deine Nummer 1 und du hast alles gesagt, was er für ein Athlet ist, was er für Füße hat und so weiter. Hier ist das, was ich gesehen habe, was mich davon abgehalten hat, ihn auf 1 oder auf 2 zu setzen. Klar kannst du sagen, du kannst ihn coachen, aber du hast auch eine Menge, du hast eine Menge zu coachen und da musst du halt abwägen, abwägen, brauchst du ihn im ersten Jahr als Starter auf Tackle, also hier ist das, was ich mir aufgeschrieben habe, ganz viel Positives natürlich, aber wird nach innen geschlagen, weil er oversettet nach außen und dann kommt der Inside Move und dann wird er gerne geschlagen. Im Pass Set habe ich geschrieben, klicks his heels, hast du auch schon tausendmal gehört, wenn du deine Hacken, wenn deine Hacken zusammenkommen, wenn du im Pass Set bist, verlierst du Balance. Das bedeutet, deine Basis, auf der du stehst, wenn du deine Hacken zusammenschlägst, dann sind deine Füße so nah beieinander. Wenn du dann in der NFL einen Rusher bekommst, der von Speed zu Power geht, ist egal, wie groß und du athletisch bist, dann machst du den eingesprungenen Aushilfskellner. So, das Schlimme ist, dass er aufgrund seiner Athletik, der ist auf seinen Hacken, Füße zusammen, aber eigentlich bist du dann geschlagen, aber nicht er, weil er so ein Athlet ist. Das klappt im College, in der NFL, ist es was anderes. Was ich auch noch gesehen habe, das ist schwer für mich zu übersetzen, Harp and Gather, wenn er in den Kontakt geht, sowohl Pass, Pass Set, als auch besonders im Run Blocking, kennst du das, wenn Offensive Linemen immer kurz so hüpfen, ihre Füße anhalten und dann in den Kontakt gehen, damit sie den Block nicht verlieren. Verstehst du, weil die haben Angst, wenn sie durchlaufen, wenn sie durchlaufen, dass sie den verpassen. Deshalb hüpfen sie, bringen ihre Füße ganz weit und auch die Hände sind nicht in Zeit. Das heißt, Hand Placement ist auch unterdurchschnittlich und er ist technisch einfach noch nicht so weit wie zum Beispiel in Jedrick Wills, müssen wir nicht drüber sprechen. Dann ist er manchmal echt top heavy und lehnt nach vorne. Das sind alles technische Sachen, aber bei ihm ist das so viel, dass ich ihn deshalb an drei habe. Hat er das größte Potenzial? Ja, aber ich glaube ultimativ, entweder seine Learning Curve ist absurd gut und er wird vielleicht ein Tackle, ansonsten glaube ich, jetzt und vielleicht auch sein erstes Jahr oder auch das zweite Jahr ist er erstmal besser, wenn er rechts und links einen neben sich hat, das heißt, wenn er auf Guard geht. Weil da kann er Hilfe vom Center bekommen bei einer Shade, da kann er Hilfe, kann er eine Hand vom Tackle bekommen bei einer Three-Technik. So, da kannst du ihm ein bisschen helfen. Du kannst, glaube ich, Tristan Wurfs, kannst du nicht im ersten Jahr Tackle spielen lassen. Da wird das, nein. So, dann muss er nach innen, aber Potenzial grandios. Man muss doch mal generell sagen, Offensive Line, die Position ist einfach eine der härtesten Positionen vom College hoch zur Offensive Line, weil wenn du wirklich, wie du gerade gesagt hast, eine Tackle-Position übernimmst im ersten Jahr und du gehst gegen einen JJ Ward, einen Chandler Jones, einen Wall Miller, die werden nicht zerfressen. Selten, selten siehst du Offensive Tackle im ersten Jahr, dass die es im Pro Bowl schaffen oder einen All-Pro oder wie auch immer, findest du nicht oft, weil es einfach so eine schwere Position ist, zum nächsten Level zu bringen. Deswegen brauchen die meistens immer ein, zwei Jahre. Björn, weißt du, was interessant wäre? Also ich habe das Spiel Alabama gegen South Carolina mir nochmal angeguckt und da habe ich mir Jedrick Woods angeguckt und die haben ja, South Carolina hat ja einen First-Round-Pick in der Defensive Line, den haben wir auch relativ hoch, ich glaube an neun oder neun glaube ich sogar bei den Carolina, äh bei, ja bei den Carolina Panthers, wenn wir nicht alles teuer, nee nicht bei den Carolina Panthers, bei Jacksonville Jaguars haben wir Kinlaw. Kinlaw, ja. Ey, der hat Three-Technik gespielt, Wills, Downblock gegen Kinlaw, Kinlaw, pschuuuuh, einen eingesprungenen Ausrichtskernik. Und nicht nur einmal, nicht nur einmal. Ja, aber komm, das ist kein, du weißt selber, ich war ein Defensive-Liner, wenn du eine Dreier-Technik bist, du bist über den Guard und du hast die ganzen Downblocks, ja natürlich solltest du nicht jedes Mal auf dem Boden sein, aber du bist als Defensive-Tackler, gehst du immer davon aus, Double-Teams, du weißt nicht, du kannst, also dass du das jetzt als Pro nimmst, also das kann ich Nein, aber guck mal, ich hab, hey, du hast auch gesehen, was das Riesenbaby, äh, mit Kai Becken beim Downblock, Füße zu eng, weißt du, der, der kommt runter, trifft den Knaben und, war was Orban, siehst du da nochmal einen Defensive-Tackle, der, der einen Spin-Off oder der den Downblock schlägt von Becken, weil er, und zwar nicht mit, mit Power, sondern einfach mit Technik und, 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 und Finesse, weil mit Kai Becken, wenn der dich trifft mit so viel Schwung, kannst du den nicht mit Power antworten, den musst du anders antworten, bei, bei, bei Wills kriegst du Power und Technik, du hast nicht die Size, aber deshalb mag ich ihn, egal, bin ich dran oder bist du dran? Warte, wir alle merken ist, dass du Jarek Wills Fanboy sehr magst. Also, weil wir sind bei Nummer 3 und du redest später über deine Nummer 1 und du bist dran, Nummer 4. Nummer 4 ist Andrew Thomas von Georgia, Offensive Line, Offensive Tackle, lange Arme, eigentlich ein grundsolider Tackle, ist guter Pass, guter Passblocker und was mir, was ich an ihn mag ist, erst mal spielt er zu hoch, der spielt viel zu hoch und das fängt schon an in seinem Stance, ab und zu spielen sie nur im 3-Punkt-Stand, viel im 2-Point-Stance und dann siehst du, ist er anderthalb Köpfe höher als alle anderen und kommt damit im College davon, weil er halt, er ist halt der Top Dog in der Offensive Line bei Georgia, ne? Deshalb kommt er mit seinem schlechten Pad-Level hin. Wieder, jetzt hätte ich fast gesagt, again, äh, es ist Wiederholung, aber in der NFL musst du dein Pad-Level, ja, du lachst, äh, musst du dein Pad-Level runterbringen, aber der Typ ist ein aggressiver und dreckiger Down-Blocker. Das mag ich. Der Typ kommt runter und dann ist er ein Finisher, dann gibt er dir alles und du brauchst, Offensive Linemen müssen zwar nette Jungs sein, aber wenn die ein bisschen Blut im Mundwinkel schmecken und dieses, ah, oh, da ist ein bisschen Eisen, oh ja, I like und dann müssen die richtig nasty werden. Diese nasty Streak hat er, ähm, klar, er ist manchmal faul, äh, so ein Liener und er ist nicht so ein natürlicher, der ist ein Waistbender. Also wenn er tief spielen will, knickt er eher an der Hüfte ab, anstatt, weißt du, die, die Körperwinkel bei den Knien zu schließen, aber ansonsten, äh, mag ich, glaube ich, der, der hat noch körperlich, glaube ich, Potenzial ein bisschen sich zu verändern, der ist relativ weich in der Mitte und hat lange Arme, die nicht wirklich muskulös sind, aber der wird ein grundsolider Tackle in der NFL, ich weiß nicht, ob links, aber auf jeden Fall rechts, weil er auch ein Runblocker ist, der ist meine Nummer 4. Meine Nummer 4 ist auch Andrew Thomas, er ist 1,95 groß, 142 Kilo, was du noch nicht gesagt hast, was ich mir noch aufgeschrieben habe, drei Jahre war er der Starter bei Georgia, seit seinem Freshman-Jahr, was, was, was Scouts immer lieben, ne, wenn du so früh einfach startest und einfach so viel Spielerfahrung hast und vor allem in der besten Conference gegen echt gute Competition. Ich hab mir das Spiel gegen, ich hab mir das Spiel gegen LSU angeguckt, und auch in seiner Karriere, linke Tackle, rechte Tackle, er hat Erfahrung auf beiden Seiten, das ist ein riesen Unterschied, wenn du immer nur eine Seite gespielt hast, zum Beispiel, du spielst drei Jahre lang den rechten Tackle und hast noch nie linke Tackle gespielt, aber ein Team braucht einen linken Tackle. Glaub mir, die Teams sagen, uh, der wird nicht so schnell einfach von der rechten Seite auf die linke Seite springen können, das braucht erstmal Zeit. Deswegen kommt es auch immer drauf an, ne, was, was das Team gerade sucht, ob es ein rechter Tackle, ein linker Tackle oder ein Spieler, der, ähm, 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 vielfältig ist und alle Positionen spielen kann. Bei mir, du hast gesagt, der hat so lange Lulatsch-Arme, das ist unfassbar. Was ich dann auch noch gesehen hab, dein Pass-Pro ist mega gut, weil hier, ich bin ein Defensive-Vent, ich musste mir immer Offense-Line angucken, was, ich achte auf ein paar Sachen, okay, was ist einfach sein, 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 sein bestes Ding, ne, bei ihnen ist die langen Arme, er ist sehr schnell, sehr twitchy, wenn der Ball snap, boom, ist er da draußen, weil er so schnell von der Line aus skirmig sich bewegt und wartet, ist, ist patient, wie man das sagt, er ist ruhig, er wartet, ist geduldig und lässt, und lässt den Defensive-End kommen und er ist in einer super Position, weil, wenn die Offensive-Liner, ich hab das bei Ran auch schon öfters erklärt, da ist ein Spot da hinten, zweieinhalb Yards hinter dem Offensive-Liner, wenn der Offensive-Liner dich dahin schlägt, dann stehst du als Defensive-Liner vor ihm und dann kannst du manchmal nur noch den Bull-Rush machen oder durch den Durch-Rennen, er wartet auf dich und was noch gut ist beim Pass-Set, er lässt den Defensive-Liner, er timet das so gut ab, er lässt den Defensive-Liner zuerst mit den Händen kommen und dann kommt er mit den Händen, weil so lässt er dir, so gibt er den Defensive-Liner keine Chance, wenn der Offensive-Liner zuerst seine Hände da rauspackt, dass mit dem Pass-Wash-Move du seine Hände runterbringen kannst, das macht er irgendwie sehr, sehr so natürlich und sehr gut, deswegen mag ich ihn, ich glaube wirklich, dass er ein Tackle sein wird in der NFL, weil er so twitchy ist, beim Combine hat er gute Werte, aber nicht so gut wie ein Tristan Wills, wie ein Willis, ich sage immer Willis, Willis und wie ein Mikael Beckton sogar bei so einer Größe, deswegen glaube ich, tut es ihm gerade weh und du hast aber auch gerade gesagt, er hat, einfach das Wort Sloppiness ist öfters mal gefallen bei den ganzen Experten, aber ich habe mir jetzt aufgeschrieben, weil er so lange Arme hat, ist er manchmal einfach, ey, ich habe lange Arme, da kommt der Defensive-Liner nicht ran, dann brauche ich meine Hüfte nicht bringen und ich brauche meine Füße gar nicht bringen, Footwork, sometimes sloppy, habe ich mir aufgeschrieben, dass einfach, manchmal kommen seine Füße nicht hinterher, weil seine Arme schon da sind, so, das habe ich mir aufgeschrieben, aber ich bin, ich muss ehrlich sagen, es ist für mich krass, dass viele ihn so auf der vierten Stelle haben, bei mir jetzt auch, weil ich die anderen auch vorhin habe, aber die ersten vier Tackles in diesem Draft sind alle enorm gut und ich glaube, die werden alle sehr schnell weg sein. Wer ist deine fünf? Also meine fünf ist Josh Jones von Houston, auch eins von Monat, ich dachte, Caesar Ruiz vielleicht, ich weiß, ich habe kein Interior genommen, können wir auch nochmal erklären, Interior heißt einfach Guard oder Center, die im College diese Position gespielt haben, du weißt das, von der Highschool zum College, die Nummer eins Position ist Offensive Line, sie wollen Länge und dann werden sie dir alles beibringen, so gehen die College-Coaches davon aus, ich habe damit zu tun gerade mit meinen ganzen europäischen Jungs, vom College zu der NFL ist genau der nächste Schritt, die wollen erstmal die Size haben für diese Position, was sie schwer zu finden, Mikael Becken ist hier in dieser Gruppe der Einzige, der eigentlich die prototypische NFL-Größe, also Tackle, linke Tackle-Positionsgröße hat, sechs, sieben, die anderen sind alle, genau, alle anderen sind dafür durchschnittlich, sechs, fünf ist Durchschnitt, mehr in der Guard-Position, genau, so, deswegen ist es sehr interessant, aber trotzdem die alle mega gut, Josh Jones, auch, er spielt bei Houston, er spielt natürlich nicht in so einer großen Conference wie die ganzen anderen Jungs, er ist ein guter Athlet, er hat den Frame, wie man das sagt, er sieht aus wie ein Football-Spieler und er ist smooth, geschmeidigt in allem, was er ein bisschen macht, aber er ist noch nicht so weit wie die ganzen anderen Jungs vor ihm, da habe ich, das Größte ist raw, wie du es gesagt hast, er ist so raw, aber das ist das, was, wenn die anderen Tackles schon weg sind, wie gesagt, wenn die schnell weg sind, kommt der Nächste auch wieder sehr schnell und ist an der Reihe, deswegen denke ich, dass er auch ganz schön hoch gedraftet wird, weil er hat einfach alles, macht nichts perfekt, macht aber alles gut, aber dafür, ich glaube, so ein typischer Offensive Line-Coach, der einfach sagt, oh, mein Coaching ist das geilste auf der Welt, ich brauche so einen und ich kann alles mit dem machen, kennst du doch, die Offensive Line-Coaches denken immer, die sind die geilsten Coaches und können alles beibringen, so, er ist meine Nummer 5. Ja, ich kann ihm gar nicht viel zufügen, du hast das meiste gesagt, er ist auch meine Nummer 5. Ich habe natürlich Cesar Ruiz mir nochmal angeguckt, der Center von Michigan, der echt ein unglaublicher Techniker ist und sehr smart und die wichtigste Position im Football ist immer sozusagen der Backside Tackle. Im Übrigen, Jedrick Wills war der rechte Tackle, warum? Tua ist ein Lefty. Tua. So, der Backside Tackle, meistens in der NFL hast du einen rechtshändigen Quarterback, der linke Tackle ist der wichtigste Mann, der hat einen schweren Job, aber der smarteste, der Chef der Offensive Line ist der Center und Cesar Ruiz, ich glaube, der wird auch, vielleicht nicht in der ersten Runde gehen, aber bestimmt in der zweiten, weil der Typ ist so smart und ist auch einer, wenn du sagst, jetzt Plug and Play, wahrscheinlich jetzt besser als Josh Jones, aber Josh Jones hat aufgrund seiner Size, seiner Athletik mehr Potenzial, deshalb wird Jones früher gehen, aber Ruiz, wenn du dir den anguckst, geiler Position Blocker, smart, macht alle Calls, gut auf dem zweiten Level, ist aber nur am Meter 91 und 138 Kilo schwer. Das ist, das klingt viel, ist aber für einen Center okay, aber selbst die Center in der NFL sind schon 6 Fuß 5. Deshalb ist er knapp an meiner Nummer 5 vorbeigerutscht, weil er definitiv alleine mit einem Nose in der NFL, der wird ihn vergenusswurzeln, aber der wird sicherlich in der zweiten Runde gehen, hat mir auch gut gefallen, aber du hast es gesagt, Josh Jones aufgrund seines physischen Potenzials die Nummer 5, aber auch interessant zu sehen, das Coaching in Houston verglichen mit Alabama und auch die Competition, das macht einen riesen Unterschied, aber ansonsten, das war es von uns, das waren unsere Top 5 Offensive Linemen, Dizzy B und meine Wenigkeit, wir sind uns diesmal nicht ganz einig gewesen, aber das ist auch okay, Feedback wie immer, hier runterlassen, lasst ein Abo da, abonniert uns und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Björn Werner, was machen wir als nächstes, Edge Rusher? Edge Rusher. Oh, das ist die Position von Björn Werner, da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, also bis demnächst, Björn Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö.